Am Karfreitag ist die XRP-Community wieder mal vereint. Jo, meine Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen bei den XRP-Blogs. Ja, Leute, neuer Tag, neue News, XRP-News, XRP-Deutschland ist an diesen, ja, Karfreitag wieder mal mit euch vereint. Wir schauen uns sehr interessante XRP-News an, unter anderem in den 14 Tagen gibt es ein Update zu AMM, da schauen wir uns an. Und eine Preisprognose von 5,50$, 900% könnte XRP steigen, sagt ein Experte. Und das passt auch zu der Preisprognose von gestern, ne? Der BigDaddyKrypto, der hat gestern auch so eine ähnliche Preisprognose abgegeben. Das Video kommt übrigens morgen, da schneiden wir jetzt gleich dies. Das ist schon alles im Kasten, gibt uns ein bisschen Zeit und morgen geht's dann wieder mal hier ab. Luis, bei eurem Kanal des Vertrauens, jeden Tag neue Sahne, Leute. Ich würde einfach mal sagen, abonniert nicht vergessen und auf Gefällt mir drücken, in diesem Sinne, rein in die Olga. Gib uns ein Like und folge der Community, denn wir berichten täglich über Ripple XRP. Wir sind nicht nur zwei Soldaten in einem Schützenkraben, die XRP-Armee hat ihre Wallet durchgeladen. Ja Luis, heute am Karfreitag gibt's bei euch Stuten und so, ne? Also wie jedes Jahr oder wie sieht's aus? Ne, tatsächlich nicht. Ich geh jetzt gleich erstmal noch essen und pack die Olga ein und dann geht's ab. Ja, dann geht's erstmal zum Manfred und vor allem nach Tante Bertha, ne? Sagtest du? So sieht's aus, genau. Ja, die Tante Bertha hat schon den Kaffee frisch eingegossen für dich. Meine ganzen Onkel sitzen auch am Tisch, Johnny Deaton, Jack the Whippler, alle haben Startfreunde. Aber jetzt war Spaß beiseite. Ich würde sagen, wir gehen direkt in die News hier rein. Und zwar, XRP Ledger erhält großes AMM-Update in 14 Tagen. Wir haben ja in der letzten News-Tour berichtet, ja, über das Statement von der Ripple-Führung zu AMM-Bug, zu den Automated-Market-Maker-Bug, ähm, ja, es war eine sehr schwierige Einführung. Ja, viele waren auch enttäuscht, ne? Die haben sich viel mehr erwartet, sag ich mal, von AMM, was meiner Meinung nach, äh, fehl am Platz war, weil, ja, sofort, das ist genauso wie Bitcoin. Als Bitcoin-ETF kam, waren viele auch enttäuscht. Äh, ist nicht hochgegangen, aber paar Wochen später haben wir gesehen, wie es hochging. Es ist eine Technologie, die langfristig unglaublich interessant ist. Wir haben es immer wieder erwähnt. Die Kinderkrankheiten müssen überwunden werden und dann geht's definitiv weiter. Und hier nochmal Notwendigkeit, eine Änderung des AMM-Verfahrens und dieses Update mit dem Namen Fix-AMM-Overflow-Offer wurde ausgeliefert, um die unsachgemäße Handhabung großer, synthetischer AMM-Angebote in der Zahlungsmaschine zu beheben. Und während das Protokoll trotzdem gut läuft, Sinan, wird sich das Fix-AMM-Overflow-Offer als nützlich erweisen, da die AMM-Engine im Laufe der Zeit immer mehr Akzeptanz und Benutzer erfährt. Also auch hier nochmal erwähnt, langfristig, wenn das ganze System erstmal etabliert ist, wird es interessant werden. Der Automated Market Maker ist sehr revolutionär und das Abstimmungsverhalten der Netzwerk-Validatoren gibt einen besseren Einblick in die Hauptakteure, die diese Änderung unterstützt haben. In 14 Tagen gibt es auf jeden Fall ein Update zu AMM. Finde ich auf jeden Fall gut. Die müssen auch weiterkommen. Und schauen wir uns einfach mal die nächsten News an, Luis. Das hat ja ein bisschen Parallelen zu unserem Fall. Ripple vs. SEC und jetzt Coinbase vs. SEC ist auch am Start. Ja, Coinbase stellt sich dem, was Ripple über drei Jahre lang gelitten hat. Also jetzt geht es auch bei Coinbase in die nächste Phase. Schauen wir uns mal genau an. US-Bezirksrichterin Kayfreen Polk-Failer lehnt den Antrag von Coinbase ab, die SEC-Klage abzuweisen. Wobei die Börse nun wie Ripple einen mehrjährigen Rechtsstreit überstehen wird. Vielleicht ist das auch ein Grund, dass die Klage jetzt bald bei Ripple und SEC vorbei ist. Die SEC braucht natürlich Ressourcen und könnte halt definitiv gut passen, Sinan. Ja, könnte definitiv passen, Luis. Die können doch nicht zwei Riesenkonzerne, Riesenunternehmen mit zwei Stück gleichzeitig eine Klage am Hals haben. Vor allem da sind noch ein paar mehr am Start, die angeklagt werden, was in Zukunft auch noch kommt. Und da hoffen wir wirklich auch drauf. Ein großer Reminder hier nochmal. Wenn diese ganzen 56 Kryptoprojekte, oder wie viele waren das, Sinan? Ich bin mir da nicht mehr ganz sicher. Müssen wir nochmal nachschauen. Die aber jetzt angeklagt werden in Zukunft von der SEC. Und wenn wir uns dann nochmal daran erinnern, dass XRP keine Security ist und dieses Jahr hoffentlich die komplette regulatorische Klarheit erlangen wird, dann wird das natürlich für XRP unglaublich und als Spätzünder einen unglaublichen Bullrun erreichen. Jetzt hat Ripple auf jeden Fall drei Jahre Vorsprung, Leute. Die ganzen Unternehmen, die ganzen Kryptowährungen sind jetzt erst dort, wo Ripple vor drei Jahren war. Und jetzt müssen die ganzen Verfahren auch noch durchgehen. Und wir sind am Start. Also wir sind durch, sozusagen. Deswegen, Luis, drei Jahre Vorsprung sind auf jeden Fall am Start bei Ripple. Definitiv. Um nochmal kurz darauf einzugehen. Laut der Richterin hat die SEC ausreichend dafür plädiert, dass Coinbase als nicht registrierten Broker, Börse und Clemingsstelle im Sinne des US-Bundeswertpapiergesetzes tätig ist. Und der Richter stellt auch fest, dass Coinbase durch das Staking-Programm den Handel mit den nicht registrierten Wertpapieren erleichtert hat. Coinbase sicherte sich jedoch einen Teilsieg gegen die SEC, da das Gericht den Vorwurf der Regulierungsbehörde gegen Coinbase-Wallets zurückwies. Also ein Teilsieg für die SEC, Teilsieg für Coinbase. Was sagst du denn zu dieser Preisprognose, Luis? Das ist auch sehr interessant. Ja, in den vergangenen Monaten haben wir wöchentlich die verschiedensten Preisprognosen gesehen, aber jetzt haben wir nochmal neue Daten und die Daten sollen darauf hinweisen, dass XRP bei einem bullischen Golden Cross um 900% auf 5,5 Dollar steigen kann. Wenn wir die Vergangenheit betrachten, ist dies definitiv möglich. Wir haben gesehen, damals 2017, was XRP für einen Push im Bullrun gemacht hat, das als Spätzünder, nachdem alle Coins schon durch die Decke gegangen sind, XRP trotz guten News, trotz Partner, der hergedümpelt ist und nicht durch die Decke geschossen ist, dann komplett sein All-Time-High erreicht hatte und da hoffen wir natürlich jetzt auf drauf. Ich denke, das wird halt nur passieren, wenn die XRP-SCC-Klage auch definitiv durch ist und dann, wenn wir mit dem Golden Cross definitiv große Sprünge erreichen können. Absolut und diese Preisprognose und vor allem hier die ganze Geschichte, wir sind nochmal alles durchgegangen mit dem Big Daddy Crypto. Das Video, wie gesagt, kommt hoffentlich morgen 13 Uhr. Seid auf jeden Fall gespannt und nicht vergessen, XRP Deutschland einzuschalten. Ja und die Preisprognose haben wir nicht, wie gesagt, Freunde, sondern der Marktanalyst Ergrag hat seiner jüngsten Analyse des XRP-Preises auf dieses Phänomen aufmerksam gemacht und der erfahrene Chart-Analyst betont, dass die Nutzung historischer Daten unerlässlich ist, um die zukünftige Bewegung eines Vermögenswertes zu bestimmen. Und aufbauend auf dieser Prämisse nutzte der Analyst eine zwei Wochen XRP-Chart, um die kürzesten und minimalistischen Kurs-Rallys von XRP zu ermitteln und die in Vergangenheit beobachtet wurden, nachdem er 21 exponentiell Moving Average, ein Kreuz über den 55 Moving Average erzielt hatte. Und diese Art von Crossover wird als goldenes Kreuz bezeichnet und tritt auf, wenn sich ein kürzerer gleitender Durchschnitt über einen längeren gleitenden Durchschnitt bewegt. Und dies deutet darauf hin, dass die jüngsten Preise schneller steigen als ältere Preise, was eine Verschiebung der Marktdynamik von bärisch zu bullisch widerspiegelt. Also hier haben wir die Möglichkeit, laut Schadanalyse, natürlich wissen wir auch, dass Schadanalyse gar nichts heißt, das sind natürlich immer nur Indikatoren, aber zeigt uns natürlich keine hundertprozentige Sicherheit, dass dies auch wirklich passieren wird. Hier sehen wir es nochmal im Hintergrund, seine Analyse dazu, dass wir hoffentlich die Riesenprozente hier noch ersehen werden. Ja, seiner Meinung nach goldenes Kreuz, Luis, und zum goldenen Kreuz, am Sonntag hier schön Ostermesse bei dir, oder wie sieht es aus? Ja, Osterfeuer, da sehen wir uns. Osterfeuer, aber Ostermesse nicht so ganz. Nee, tatsächlich nicht. Achso, okay. Ja, jeder so wie der möchte, ne? Der eine macht Ramadan, der andere geht zum Osterfeuer. Ja. Wir haben auf jeden Fall gesehen, dass der liebe Bruderherz MC hat dieses Bild gepostet gehabt, oder ein Repost von der Lund gemacht, und schöne Grüße an MC wollten wir auf jeden Fall gesagt haben. Mit diesen Grüßen gehen raus. Und wollten wir uns kurz mal mit euch zusammen anschauen, das Bild. Ja, hier haben wir eine interessante Statistik, und hier sagt sie, bis 2025 werden also 85% des Wertaustauschs in Instant Payments in ISO 20022 stattfinden. Und hier mit der Grafik sehen wir nochmal die Verbindung, wie sie hier behauptet, was unglaublich interessant ist. Der Ripple als Brückenwährung hier ganz klar vertreten. Genießt auf jeden Fall euren freien Tag, wenn ihr heute frei habt. Und ja, mit euren Liebsten, habt eine schöne Zeit. Und wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Wie gesagt, mit das Interview mit Big Daddy Crypto. Und Leute, das war's auch schon gewesen. Luis, dir viel Spaß mit Olga beim Osterfeuer am Sonntag, wollte ich jetzt schon mal gesagt haben. Was geht heute bei dir in Haft? Ja, heute ist bei mir Urlaub, wegen Ostern, Leute. Ich werde die nächsten Tage nicht hier sein, aber ihr könnt gerne den Luis weiter unterstützen. Ich werde mich für ein paar Tage zurückziehen. Aber wir haben schon vor, sag ich mal, produziert, einige Videos. Unsere Kanalmitglieder, der eine oder andere, hat uns sein Portfolio zukommen lassen. Wir haben jetzt so eine Portfolio-Auswertung gemacht. Das Video kommt auch die Tage. Big Daddy, wie gesagt, die Tage. Und dann mal schauen. Warte generell drauf. Es gibt ja ein Riesenphänomen, das Sinan-Phänomen, würde ich mal behaupten. Wenn Sinan nicht da ist, passiert immer irgendwas Krasses. Ob der Preis extrem steigt, die Klage vorbei ist oder sonst was. Ohne Scheiß, bis jetzt war es immer. Dreimal war es schon gewesen. Ich war letztes Jahr dreimal weg gewesen und dreimal ist etwas passiert. Einmal im Krankenhaus, zweimal mit der Familie weg. Und jedes Mal ist irgendwas mit XRP passiert. Bitte diesmal nicht. Sonst, ey, so wie das Mythos, ne, so kann ich mich hier nicht mehr blicken lassen, Leute. Sonst sitzt wirklich hier bald, Olga. Und ich glaube nicht, dass ihr die hier haben wollt mit ihr, Hammer, ne. Ich würde einfach mal sagen, Leute, um uns zwei und vor allem die Familie zu unterstützen, abonnieren wir alle diesen Kanal. Drücken so richtig dick auf, gefällt mir. Ja, schreibt in den Kommentaren, was ihr zu diesem Hammer-Video sagt. Ja, wir würden uns, wie gesagt, über die ganze Unterstützung freuen, Freunde. Genau, ich hoffe, jeder von euch hat gute Laune, Leute. Deswegen werd auch du ein Teil unserer Instagram, Telegram, TikTok-Seite. In diesem Sinne, haut rein.